Hallo liebe Kumpels und Kumpel Aline, stellt euch mal vor, meine Frau Linke ist über eine Schnapses-Idee gekommen, ja, die wollte meine Herrschel überraschen, hat sich dann von Zalalando oder von Amazonis, ich weiß nicht genau, hat sie sich ein Lederkleid schickegelgelassen und eine Lederstiefelis und Lederhandschuhe, Ledermandel und alles und so, ja, hat sich dann extra trappiert und fast parfüminimiert und sich mitte in die Wohnung gestellt, als mein Herrschel im Kumpel ist. Ja, der ist an mir vorbeigeschwendet, ist an den Kühlschrank gegangen, hat sich ein Fleischbier rausgeholt und auf der Couch gesitzt. Meine Frau Linke war schon ganz verwirrt und dann hat er gesagt, na, Batman, was hast du denn gekocht, wann gibt's denn zu essen? Ja, Samo, da wäre dir alle Farbe aus dem Gesicht gefallen. Wenn das tatsächlich passiert wäre, die wäre ja gar nicht in das Ledergerockste ringkommt. Ne, das habe ich jetzt nicht getan. Also jedenfalls, es war ein Witz, es war nur ein Witz. Meine Frau Linke steht nicht auf Leder, die steht besser auf Baumwolle. Ja, das ist Atmungsabliefer und lässt sich in der Witz passieren, bitte. Jawohl, ja. Also Freunde, ich wünsche euch heute wunderschöner Tag. Ja, und überrascht mir auch eure Männer. Mal gucken, was dann passiert. Bis dann, tschüss. Euer heut sehr leckiger Muckli mit die weiße Socke.